Willkommen zurück zu Persona 5. Ja, einige große Geschehenes in der letzten Folge. Ähm, cooles Hutaba-Indie rumhängen. Sorry. Ist alles meine Schuld. Das passiert alles nur, weil ich die Pranker-Karte behalten habe. Es ist schon echt spät. Ist Totiro noch wach? Das ist ziemlich unangenehm. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Hey, warte! Ich gehe nach Hause. Nacht. Ich meine, ich hätte ja auch das Welt angeboten. Aber ich hatte keine Wahl. So was soll's. Darf ich noch runter oder nicht mehr? Nee, wir sind völlig erschöpft. So ein Gespräch mit Totiro ist genauso anstrengend wie ein ganzer Aufenthalt im Metaverse. Nice. Ja. Gut, ja, aber der Boss wird es gut gehen. Warte, keine Sorgen. Ich wollte dich auch an den Fernseher. Und mir keine Sorgen machen. Machen wir wieder Schluss. Ab in die Federn. Okay. Nee, 27. Wir sind schon ein ziemlich gutes Stück voran im Spiel. Das ist die Gespräche, die von Repräsentantin Masayoshi Shido, die vielleicht eine neue Partei formen. Dieser Monat fliegt wie im Flug. Er geht wie im Flug, macht mehr Sinn. Er fliegt wie im Flug. Ja, wow. We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the suspects for Mr. Okumura's death and others. The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives Das ist eine Stange. Wenn Sie die Polizei und Sie dich arresten, bekomme ich für das 30 Millionen Yen 30 Millionen Yen. Ich hoffe, Sie verstehen die Situation, in der du bist. Selbst die Leute, die vorher nicht ein Interesse hatten, werden die Phantom Thieves auf den Weg zu schauen. Und es wird jeden Tag passieren, selbst in der Schule. Warum hat das passiert? Wir hatten keine Wahl? Naja, wir hatten eine Wahl, hatten wir nicht wirklich. Unsere Wahlen waren beschissen. Also sage ich, wir hatten keine Wahl. Das war vielleicht wahr, aber trotzdem. Na, wie soll ich das sagen? Ich bin sorry, dass ich es nicht wusste. Es ist auch meine Verantwortung, dass das passiert. Das ist mehr, als man erwarten würde. Ich weiß. Ich werde nicht auszuladen. Ich werde nicht auszuladen. Als ich hier bin, nichts zu überdenken. Ich fühle mich nicht auszuladen. Ich fühle mich nicht auszuladen. Ich habe nicht auszuladen. Ich habe nicht auszuladen. Ich habe nicht auszuladen. Ich bin sehr, wie hoch das Kopfgeld ist. Wir sollten die von Tundi selbst suchen. Kechi meinte doch, dass sie hier zur Schule gehen, oder? Schon, aber lieber nicht. Es gab schon zu viele mentale Infarkte. Wenn wir jetzt schmuffeln, könnte das unser Ende bedeuten. Aber Mann, 30 Millionen Yen. Lass mich doch was träumen. Jetzt drüber zu reden. Treffen wir uns und reden darüber. Also jetzt hier drüber zu reden. Wir wollen jetzt. Und die Rewards sind 30 Millionen Yen? Was ist das, ein Comicbuch? Ich fühle mich so unrealistisch, dass ich mich nicht helfen kann, aber schlafen. Wir sind endlich als reale Kriminelle behandelt. Ich bin positiv jetzt. Erinnerst du all die What-Ifs, die ich vorhin schon erwähnt habe? All das war wirklich aufgebaut. Wie Präsident Okumara zuerst rankt, der Fad zuerst, sogar Medjad. Es war alles, um die Phantom Thieves bekannt zu machen. Auf der anderen Seite, wir wurden um Okumara zu schlafen. Schiff mit dem Rücken abgewandt zu uns. Nein, das wird wahrscheinlich nichts heißen. Aber ganz oft hat man ja solche Symboliken. Alle sitzen im Kreis und wir sprechen die Situation. Einer ist abgewandt. Aber ich denke mal, es ist einfach nur Zufall. Es ist einfach nur, hey, er steht halt da und guckt halt nach da und fertig ist. Er ist halt in Gedanken. Aber ich wollte darauf hingewiesen haben. Ja. Der Krieg hat sichergestellt, dass wir die Blame auf uns aus dem Beginn, nachdem wir die Popularität haben. Dann was über alles, was wir gemacht haben bis jetzt? Die Leute, deren Herz wir geändert haben und glaubten, wir corrupten, eigentlich nicht? Was? Nein, wegen Yusuke und ich. Die Matarame und Kaneshiro-Case waren coincident. Was ist das auch so mit Kamoshida? Insofern, was passiert mit den Rankingern? Nur der vorherigen Target hätte sein können, um uns zu schlafen. Was ein günstiger Trick zu benutzen. Ein günstiger? Es ist nichts von der Art. Es gibt die Fake Majed und die Site's Alteration. Sie vielleicht haben sogar den Fad um uns zu schlafen. So viel Zeit und Wurzeln wurden in das. Präsident Okumara wahrscheinlich nicht der einzige Ziel. Vielleicht wollen sie all die Blame auf die Vergangenheit der Vergangenheit und Zukunftspsychotisch auf unsere Gruppe. Das ist warum ich gesagt, dass wir nicht in die Dinge so wichtig sind. Was? Also das ist meine Schuld? Auch du hast es in der Ende. Und da war das Ding mit Haru an der Zeit. Wie solltest wir das ignorieren? Entschuldigung. Das war alles, weil ich einmalig entschieden, dass mein Vater ein Kriminell war. All ich konnte denken, war meine Fianc. Wenn ich nur noch konnte, dass ich es mehr ruhig war. Haru? Es ist nicht Haru's fault. Ich sollte mich auch sprechen, wenn Principal Kobayakawa sterben. Dammit! Das ist BULLSHIT! Gott! 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 Ryuji! Geh deine Frustration an Dingen nicht hilft niemandem! Hey! Was denkst du? Warum haben wir verloren? Was haben wir falsch gemacht? Warum das ist nicht? Noch haben wir nicht verloren? Warum haben wir nicht verloren? Warum nicht? Die Antworten sind wieder alle Premium. Gut, das wäre eine Falle. Aber wenn wir uns von jeder Falle schnappen lassen, dann sage ich lieber, wir waren abgelenkt. Das war ja auch die Zeit, wo so ein bisschen der Zwist war zwischen Morgana und Ryuchi. Es ist ein bisschen weird, wenn Haru das gerade gesagt hat, weil sie war ja erst dann dazugekommen, aber okay. Ja, ich weiß, dass wir uns aufstehen, und dass ich auch ein totaler Idiot war, aber trotzdem, es ist so verdammt frustrierend. Natürlich will ich etwas tun. Ja, wir werden in deep water in diesem Fall. Aber wir haben keine Ahnung, wer wir gegen uns. Und ob sie ein Individuum oder eine Organisation sind. Also, sie müssen in der Position der Macht sein, oder haben die Machtverteidungen, wenn sie so weit gehen können. Sind wir wirklich ein Spiel für das? Wir müssen das jetzt enden? Ich meine, Dinge werden für alle. Hey, was müssen wir tun? Noch haben wir nicht verloren, wie schon gesagt. Ja. Ruhigen mit unseren Haaren zwischen unseren Haaren ist genau das, was sie wollen. Wir würden alles, was wir stehen für, um unsere eigenen Hände zu retten. Ich sehe. Ich bin mir nicht sicher, ob es das, was sie wollen. Wollen sie weiter agieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ich nehme zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich kann es nicht so enden lassen. Absolut nicht so enden. Es sieht aus, dass wir uns auf dem, was wir tun wollen. Alles, was noch ist, ist, wie wir es übergehen. Ja. Hey, uh, es ist mir. Um, was ich yelling earlier? Being framed und die Rande gefordert. Es all war so wie ein Böden. Ich habe es verloren. Entschuldigung. Ich kann dich verstehen. Es ist wunderschön. Wir sind Kriminelle jetzt. Vielleicht habe ich es noch nicht, seit dem Zeitpunkt gegen Kamoshida ging. Ich wollte ein Phantom Thief sein, weil ich dachte, dass sogar jemand wie ich ein Hero sein könnte. Das wird sich ändern. Ich denke, es ging alles direkt in die Hände. Ich dachte, ich könnte alles tun, wenn es für die Justiz wäre. Aber das würde mich nicht anders aus unseren Tarketen. Ich habe sie gesammelt, aber ich muss die verletzte. Ich kann es gar nicht schlafen. Das wird sich ändern. Du bist richtig. Ich kann jetzt beginnen, wer ich bin. Danke. Ich fühle mich, dass ich jetzt direkt denken kann. Oh, ich habe Haru und Futaba schraubt, nicht wahr? Ich werde bald zu ihnen entspringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe eine Nachricht von Akechi-kun. Er will uns morgen nach der Schule vor dem Leblanc treffen. Was glaubt er, wer er ist, uns rund zu kommandieren? Morgen? Das kommt plötzlich. Das wäre direkt nach der Belohnungsverkündung. Dafür muss es einen guten Grund geben. Es wird schon gut gehen, oder? Ich lüge nicht gerne. Ich weiß nicht. Irgendwie glaubt es bestimmt. Wir haben uns doch entschieden, als zusammendurch zu stehen, oder? Jedenfalls will ich nicht, dass uns jetzt noch jemand in die Quere kommt. Gehen wir das ruhig an. Wir sehen uns morgen. Wir haben einen grüßlichen Moment erreicht. Es gibt keinen Sinn, dass wir es jetzt überrascht haben. Lass uns nur ruhig bleiben und warten für morgen. Okay. Ich werde das einfach machen. Ja, das darf ich. Okay. Mache ich denn, Feines heute? Gütespiele habe ich keine, oder? Oder habe ich noch Gütespiele? Oh! Nee, das gute Ding war Train of Life, das habe ich durch. Nahrungsgutespielen habe ich nicht. Uh. Oh. Dann habe ich, glaube ich, nicht viel, was ich machen kann, ehrlich gesagt. Außer den Boden schrubben. Das bringt mir wenigstens einen Gütepunkt. Ja. Weil, klar, könnt ihr jetzt auch den Balken trainieren für halt Lebenspunkte und so ein Gram, aber... Nö, in dem Fall. Ich könnte auch Kaffee machen. So viel Kaffee habe ich noch nicht gemacht für den Meister Kaffee. Ich mache nochmal Kaffee. Ja, ich mache nochmal Kaffee. Wir machen das selber. Oh. Du fängst so langsam an, dich hier dafür zu tossieren. Hey, willst du mich etwa beeindrucken? Naja, egal. Ich gehe mal zu dir die Daten holen. Kommt er wieder? Das heißt, du kriegst nochmal einen neuen... Oder das ist nur von selber, Bruder. Ich bin mir interessiert wieder, ob wir neue Bohnen austesten, aber ich glaube nicht. Doch. Nee, doch nicht. Okay. Okay, vergiss das. Okay, vergiss das. Noch mal zweimal Meister Kaffee. Ja, also wir machen zwei und sie macht einen. Okay. Das ist leider auch nur Schaden, ne? Ja. Na, versuchst du wieder ein Glück? Wie läuft's? Ah doch, super. Lass mich mal probieren. Lass mich mal probieren. Kuba Crystal Mountain. Kuba ist die größte Insel der Karibik. Der hiesige Kaffee ist für sein vollmundiges Aroma bekannt. Crystal Mountain steht nur aus dem größten Boden der Ernte. Er ist süß, nussig und wenig sauer. Der Geschmack ist eintönig. Du musst mehr üben, um diese Röstung ihr Potential zu entlocken. Naja, wohl doch nicht gut genug. Aber du gießt so ein, wie ich es dir beigebracht habe. Das war sicher anzuerkennen. Es gibt Dinge in der Welt, die können wir nicht kontrollieren. Es bringt nichts, sich ihnen zu widersetzen. Aber in deinem Alter ist sowas vermutlich noch schwer zu verstehen. Hm, das hat sich wie ein Predigt angehört. Vergiss, was ich gesagt habe. Mach dir keine Sorgen wegen neulich. Ich lasse nichts zu, dass euch etwas passiert. Ein bisschen extra Text sogar noch schön. Okay, noch ein bisschen Kaffee gemacht und nicht schaden, ne? Es ist unsoliert. Wir müssen nicht mit dem Sinken schaden. Wir haben die Macht, um das zu verändern. Wir lassen uns das Chaos enden. Durch meine Hand und deine. Er ist politiker der Ruling Party, nicht? Ich höre, dass sie sich um eine neue Partei zu entwickeln. Also, eine Wahl wird vor dem Ende des Jahres. Ich werde diesmal wählen. Dieser Mann hat meine Unterstützung. Du hast nicht gewählt bis jetzt? Das ist problematisch, als Mitglied der Gesellschaft. Politiker hat mich nicht mehr interessiert. Aber dieser Politiker sieht ziemlich großartig. Er ist faszinierend bei Dingen der Zukunft. Ich meine, jemanden wie dieser sollte als Prime Minister sein. Ich bin definitiv für ihn. Ich glaube, das macht Sinn, weil die anderen Politiker sind so unverlässig. Wenn du sagst, dass wir uns mit dir cooperateieren wollen, was genau das wollen wir machen? Das ist eine gute Frage. Aber ich muss erst mal ein Koffer haben? Ja. 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 Ich spreche auf Saisan. Ich spreche auf Saisan. Ich glaube, dass alle von dir auch auf deinem Wissen sind sind. Sie muss sich sehr verletzt werden, wenn sie so weit ist. Das ist nicht so weit. Ich mache die Hände mit dem Wissen, dann benutze die Incentives, um die Testimonien zu bekommen. Das ist nicht ein schlechtes Method. Die Polizei haben nichts mit uns. Es gibt keine Art. Das ist wahr. Ich bin nur derjenige, der hat deine echte Identitäten erwähnt. Aber die Grunde, für die Testimonien zu fabrikieren und für ein Kulprin ist. Wir sind nicht über diese Selbst-Gratifizierung. Wir sind nicht über das. Ich bin klar. Ich denke, dass ich eine Veränderung von Saisan zu verbreiten. Ich habe bereits herausgefunden, dass sie ein Palast hat. Huh? Wirklich? Ist das, um zu verhindern, die Anfängerung der Anfängerung der Anfängerung? Genau. Aber noch nicht, es gibt keine Veränderung von Saisan für das. Das ist nicht so. Das ist nicht so. dass eine Einzelne Person, das alles zu verbreiten. Das ist nicht so. Was, wenn ich dir gesagt, dass die Menschen um sie verbreiten würden, auf eine falsche Wahrnehmung? Du sagst, dass die Polizei so machen würde? Es scheint, dass sie mehr gegründet sind als ich dachte. Der Priorität ist, um die Situation zu erreichen. Sie sind nicht egal, wer der verletzt ist. Nein! Sie sind komplett verletzt! Mein Ziel ist, um den verdadeigen Verletz zu finden. Das muss auch sein, für alle von Ihnen. Aber die aktuellen Situation ist sehr schlecht. Wenn das Schlimm ist, dann wird jemand nicht verletzt werden, wie das Schlimm ist. Unsere Lösung ist, um die Säe-San zu kommen, um die Säe-San zu kommen. Wenn sie in ihrer Meinung ist, kann sie diese Situation stoppen. Sie fühlen sich der Justiz nicht. Also, das ist warum... Die Wahrheit wird verletzt, und ein Innocent Civilierer wird verletzt. Ich kann nicht so etwas passieren. Ich glaube, ich kann verstehen, wie du fühlst. Und die Veränderung von Sai-San wird, um sie auch zu retten. Wie heißt das? Wenn die wahrsten Kulprinke wissen, dass sie die Anruhe ist, dann wird sie für ihre Leben. Sie ist der perfekte Ziel, um auf die Phantom Thief zu stellen. Also, wie geht's das? Willst du mit meinem Plan? Auch wenn du dich besonders interessiert bist, bist du bereit, um deine Hand zu verbrechen? Das kann nicht helfen, um die Wahrheit zu verbrechen. Es gibt auch noch eine weitere Veränderung von Saisan zu verbrechen. Sie sollte ein guter Warnung von anderen sein, nicht mit dir zu verbrechen. Das ist alles super weird, ich weiß nicht. Also, natürlich, es hängt irgendwo in der Luft, dass ein Unschuldiger da verurteilt werden könnte. Aber auf der anderen Seite ist das Sai gegenüber schon verdammt unfair. Ich meine, sie hat echt schon viel Scheiße gemacht, aber nicht... Also, zumindest nicht unbedingt gemacht, aber angedroht und sowas. Aber sie hat ja nicht was gemacht, was ein Change of Art rechtfertigen würde. Und die einzige Person, die wir sonst geändert haben, war Futaba. Und das war, weil Futaba das wollte. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich fühle mich dabei absolut nicht wohl. Weil wir das, abgesehen mal von einer potentiellen, unschuldigen Person, eigentlich nur für uns selber tun. Und dieser Satz hier gerade macht es sogar noch schlimmer. Sie können nicht öffentliche gehen, wenn jemand in der Untersuchung ein Veränderung hat. Das würde sich zeigen, dass ihre Verbrechen. Alles, was von dort ist, ist für mich, um die Identität der echte Culprin. Ah, mal gucken. Was bedeutet das? Du sagst uns, um unsere Verbrechen zu erwähnen, wenn der echte Culprin ist, nicht wahr? Das ist wie erwähnt von Onijima. Also, was sagst du? Ich glaube, es ist nicht ein schlechtes Problem für uns beide. Makoto, was ist deine Meinung auf all das? Es ist ein guter Plan. Es nimmt sogar ein Ende für unsere Team into consideration. Ich bin froh, zu hören. Warum kannst du all das tun, Akechi-kun? Warum suchst du justizierst? Weil von menschliche Verbrechen. Ja. Meine Verbrechen für solche Menschen, macht meine Gefühl der Justizier. Es ist nicht ein großer Grund, wie für die Gesellschaft, oder ein ordentlicher Ideal. Es ist einfach eine absurde Brücke. Und extremamente persönliche. Mann. Du weißt, das hat dich nicht daran erinnern? Ich hoffe es ja immer noch, aber ich hab... Die Karten stehen so schlecht für Akechi. Äh... Stimmt. Ja. Wie, wie ein wunderschönes Adul hat ihn verbrannt. Wir sind ähnlich, hm? Vielleicht ist das, warum ich dachte, dass ich das von euch alle fragen könnte. Wollt ihr mit mir mit der Mission zu verändern, um Saison's Herz zu verändern? Wir haben keine Wahrheit. Wir haben keine Wahrheit. Aber der Grund, warum ich die Phantom-Thieven erinnere, ist... ... 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 Ich würde nicht auf das Grund ausrechnen müssen. Ich habe auch schon ein paar Zeit gekannt, dass sie ein Haus hat. Warum hast du uns nicht gesagt? Es war zu selbstverständlich. Doch ich war zu Angst, dass ich es auf mein eigenes Geheimnis schaue. Warum versuchen wir da jetzt zu gehen, um das Ort herauszufinden? Ich meine, es ist ja kein Change of Hearts. Lange müssen wir nur umschauen und versuchen Informationen zu bekommen. Und zu sehen, wie Sai spricht aus ihrer Schattenversion. Ein viel davon wird mir neu sein, also ich würde mich auch auf mich beobachten. Ich bin sorry, ich habe heute eigentlich Pläne. Ich verstehe. Das ist unverfassend. Willst du deinen Freund darüber erzählen? Natürlich nicht. Es ist nur... Du siehst heute sehr evasiv. Ist das etwas der Fall? Ich kann nur heute Zeit nicht machen. Dann nennen wir es dann ein Tag, und das morgen erstellen wir. Ich bin sorry, alle. Wann nicht Makoto klingt irgendwo ein bisschen weils? Es geht um ihre Schwester. Ich glaube, das kann nicht helfen. Regardless, das beginnt morgen. Ich hoffe, es geht gut. Ja, jetzt bin ich sogar aufs Präsenz gespannt... äh, gespannt. Ein Halle? In mir? Nicht nur das, Goro Akechi? Dann hat die Phantom Thieves mich aufgrund seiner Geheimdienste. Und er hat bereits erlebt das Metaverse in der Zeit des Okumara-Case? Das kann nicht sein. Ich meine, er hat nie gesagt ein Wort. Obwohl, seine Attitüte hat sich plötzlich verändert. Akechi-Kun hat sich um die wichtigste Details zu tun, und meine eigene Frau, vielleicht ein Phantom Thief? Wenn das alles wahr ist, bin ich aus dem Weg die ganze Zeit, als ich die Investition hatte. Also, du wurdest von einer anderen Existenz durch die zwei mentalen Schutdown-Käste. Und wenn du sie verabschiedet wurden, während falsches Verabschieds von diesen Verabschieden, dann wäre dieser Wille trotzdem los. im Knast sitzen, weil ich denke nicht, dass sie uns über einen mentalen Effekt umbringen würden. Das wäre ziemlich dumm. Dann würden sie ja zeigen, dass jemand anderes an Tun und machen ist. Deswegen könnte das sogar alles zusammenpassen. Also, ich meine, man könnte sich die ganze Zeit fragen, wenn Goro Akechi, der mittlerweile für mich wieder sehr gestiegen ist, die Wahrscheinlichkeit, zur Organisation gehört, dann müsste man sich erst mal fragen, warum die uns nicht einfach ausstarten. Ähm, aber ne, sie brauchen halt einen Sündenbock. Deswegen sollen wir... Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie wollen, dass wir aufhören. Die wollen das ja weitermachen, damit sie uns irgendwie in diese Sündenbock-Position bekommen. Und vielleicht sollte Sai da einfach als Opfer verdienen. Dass man sich ja zusammen einen Weg räumt und dann sagt, Hey, Sai ist tot. Wehe den Dieben. Jetzt wissen wir, wer das ist und können die alle einbuchten. Ja, das könnte zumindest sein. Weil sie dürfen ja nicht sagen, oh, das sind die Dieben, jetzt töten wir die. Weil dann ist ja irgendwie komisch. Dann weiß man ja nicht, ob die Richtige gefangen wurde. Natürlich könnten sie auch einfach uns töten und dann einfach Unschuldige gefangen nehmen. Na, egal. Ich muss auch mal gucken, was passiert. Ich meine, offensichtlich ist sie ja wohl nicht gestorben. Sie sitzt ja vor uns. Das ist, warum du mich aufhörst? Nicht für deine eigene Preservation? Das ist sicherlich noch nicht alles. Hm? Nein. Wenn dieser Vilein existiert und ihr Gruppe aufbaut, dann wäre ich nächstes. Hat Makoto diese Spekulation gemacht? Das ist eine weirde Situation jetzt gerade. Vielleicht ist es... Vielleicht ist es genau das gewesen. Vielleicht wussten die Phantom Thieves das schon. Und das ist nachher der Twist. Dass Morgana das gemerkt hat. Dass irgendwas nicht stimmt. Morganas großer Augenblick. Der Pfannkuchen-Augenblick. Das habe ich doch mal hier gesagt, aber ohne großen Zusammenhang. Dass Morgana... Diese eine Szene, die wir in diesem Raum hatten, wo dieses Verschwommene anfing. Wo ich dachte, warum passiert das hier gerade auch? Vielleicht hat Morgana mit uns geredet und den Verdacht geäußert. Aber wir wissen das im Grunde nicht mehr. Also der Charakter. Wir haben es jetzt irgendwie halb gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht wäre ich etwas überraschend. Und das ist möglich. Vielleicht wäre es möglich. Vielleicht sind wir diesmal wirklich ein Schritt voraus, ohne dass wir als Spieler das wissen. Sozusagen die Phantom Thieves etwas wissen, was wir jetzt nicht direkt wissen. Hey! Du musst fokussieren. Es ist so, dass du völlig entspricht. Aber die Farbe auf den Gesichter ist nicht eine der Verkauf. Warum ist das? ich hab noch nicht verloren ich bin nicht allein ich hab noch nicht verloren ich bin Es war jemand, nur um später die Verantwortung zu erzielen. Es war jemand, die deine Verwaltung zu erzielen, und die Minimal-Staaten, die direkt beteiligt waren, waren in ihrem Pocken. Und wenn das so ist, würde die richtige Integrität mit dir zusammenhängen. Alles klar! Nein, ich komme zum Schluss. Ich glaube noch nicht, dass ich deine Geschichte noch nicht glaube. Es ist etwas, das ich mit dir mit dir konfirmieren muss. War eine Veränderung des Herzens in mich? Was passiert in der Zeit, zwischen meinem Haus und dein Verwaltung? Sag mir alles. Was ist das, was du brauchst? Es ist schon lange. Wir gehen in Nijimas Haus. Ich will also in sie schauen. Dinge wie ihre Arbeitsethik und ihre Beziehungen. Es ist nicht wichtig, ob es öffentlich oder öffentlich ist. Diese würden uns helfen, mit Kountermeisungen zu kommen, ob wir einen Wegblock in ihrem Haus haben. Ich kann noch mehr schauen, du weißt. Steff mag ihre Repertoire von Unterwärm. Wie? Das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Lass mich erst zu Ende enden. Ah. Es ist etwas anderes, das wir wollen, dass wir dich in die Verwaltung schauen. Ich weiß ja nicht. Also, ich muss jetzt drüber nachdenken, bis die Szene verschwommen waren. Aber warum würden Organe das dann erst auffallen? Ich sollte da nicht so viel rein theoretisieren, sondern mal gucken, was passiert. Wie immer. Schon wieder. Nein, es ist kein Zufall. Nein, 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 nein. Ich habe gerade davon gesprochen. Jetzt passiert das schon wieder. Das sind wichtige Details, die uns als Spieler vorenhalten werden sollen. Weil irgendwas planen die und irgendwas wissen die. Ja? Das muss ja super relevant sein, dass jetzt schon zweimal für uns Informationen als Spieler vorenhalten wurden. Und jetzt die Bahn Nachrichten. Das Team, das um den Phantom Dieben ermittelt, hat weitere Vortritte bekannt gegeben. Des Weiteren hat die Oppositionspartei ein Misstrauensvotum gegen das aktuelle Kabinett initiiert. Zusammen mit den Plänen zu einer Parteineugründung könnte dies zur Auflösung der Regierung führen. Wo treffen wir uns heute? Stimmt. Uns wurde nie mitgeteilt, wo wir uns treffen. Beim Gerichtsgebäude. Und wo? Keiner tippt, das Behördenviertel. Kasumi Gaseki. Stimmt. Oh, davon habe ich schon gehört, aber ich war noch nie dort. Ich auch nicht. Da gehen normalen Leute auch eigentlich nie hin. Boah, das sieht ja schon auf der Karte beeindruckend aus. Polizeibehörde, Justizministerium, Büro der Staatsanwaltes und Büro der Öffentlichen Sicherheit. Das Parlamentsgebäude ist auch in der Nähe. Echt jetzt? Wo gehen wir denn bloß hin? Die schnappen uns nicht, oder? Laut Akechi sind unsere Identitäten noch nicht aufgeflogen. Also stürzen wir uns einfach so kopfüber ein pfeindliches Gebiet? Hat jemand mit Akechi gesprochen? Wir treffen uns hier. Seid alle wachsam. Wir begeben uns in die Höhle des Löwen. So, das ist das Kurthaus. Du kannst sehen, dass es ein pfeindliches Gebiet ist, nur wenn man es ansehen kann. Ich meine, das muss ja jetzt faktuell eigentlich der letzte Palast sein vor der Gegenwart. Oder vor dem gegenwartigen Palast. Oder was auch immer das war, was wir da irgendwie infiltriert haben im Prolog, oder? Ich bin aber trotzdem gespannt, was hier passieren wird. Ähm, das ist also das gleiche, ja genau. Lass uns schnell und beginnen. Akechi, was hast du gesehen? Ich kann nicht sehen, Saisan direkt zu sehen, aber ich habe herausgefunden, dass ich ihre Kursen zu tun. Auf der 20. eine Investition wird sicherlich gemacht werden, in der Shujin Akademie. Und auch in der Sakurai-Sakura. Für... real? Dann bedeutet das, dass unser Zeitpunkt der 20. November ist. Ansonsten, es wird noch ein paar Red Tape involviert. Ich glaube, es wird stattdessen vor dem 20. Wir nehmen deine Worte. Für jetzt, wir müssen uns auf der Infiltraten ihre Palast. Ich verabschiede. Und wir sollten bald weitergehen. Nachher, die Leute wie uns hier stehen, ist ziemlich unnatürlich. Also? Das ist... Huh? Was über mein Smartphone? Das ist das Modell, das ich wollte. Du bist so glücklich. Ich bin sehr entschuldigt. Bis vor kurzem war Futaba eigentlich ein... ... äh... 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 Okay, dann ist das schon das Präsenzding. Ich sehe definitiv Saison in dir. Nun, dann ist es Zeit, dass wir in den Weg gehen. Das ist es. Was ist hier passiert? Wir schauen uns nach dem Kurthaus, nicht wahr? Für mich ist es so. Los geht's. Genau. Das Kurthaus ist ein Casino. Alle anderen sind ein normaler Stadt. Das ist nicht ... Die Polizei, ja. Ich wusste nicht, dass die Station und die Kurthaus sind neben uns. Unsere Art hat nicht verändert. Das muss ich noch nicht beantworten, dass wir noch nicht gefährlich sind. Wo habe ich gesagt? Was ist das? Genau. Die Bereiche außerhalb ihrer Kurthaus-Palasse müssen sie nicht wertvoll sein. Überrascht, was du alles vorst, Akashi? Warte, ich sehe immer so. Ich bin speziell. Außerdem kann ich nichts in meiner Katzenform machen. Die Polizei ist auch Teil ihrer Arbeitsbereich, wenn sie für ihre Begriffe gemacht werden. Ich habe ihr Essen und Beziehungen, als sie zur Polizei zu den Polizei gebracht wurde. Wir haben keine Arbeit mit den Polizei, oder? Das ist vielleicht der Metaverse, aber ich will nicht in eine Station. Das erinnert mich. Er braucht ein Codename, auch. Codename? Phantom Thieves können nicht mit den realen Namen benutzen, oder? Das ist nicht cool, auch. Nur für Begriffe, was ist alles andere? Skull. Mine ist Fox. Wir haben sie ziemlich entschieden, wie wir sehen, nicht wahr? Was ist das, Haru? Oh, es ist nichts. Dann... Vielleicht wird Karasu das beste für mich sein. Du weißt, wie eine Raven. Das ist definitiv. Sind deine Klappen alle schwarzen oder was? Die Regisse, eigentlich. Wenn unsere Codename sind, um unsere Identitäten zu schlagen, wäre das besser? Oh Gott! Karasu... Er wäre der einzige japanische klingt. Warum nicht mit Crow? Alles klar? Von hier aus, du bist Crow. Entstanden. Jetzt dann. Lass uns in die Regisseur. Jetzt dann. Akechi! Gucken wir mal ein bisschen. Deine Persona können wir uns jetzt hier schon angucken. Robin Hood. Das ist aber eine sehr spezielle Persona, die er da hat. Oh, er hat eine Mischung aus nicht nur Finsternis und Licht, sondern auch noch Allmacht. Krass. Was ist Geistesermutigung? Oh, cool. Reduziert die Chance davon, nämlich ein Scherz-Fact betroffen zu werden. 45 bist du aus. Dann bin ich schon mal nicht unterlevelt. Das ist gut zu wissen. Ein nobler Dieb, der im mittelalterlichen England für Aufsehen sorgte. Er ist der exzellente Bogenschütze und Anführer der Merry Man. Gesetzlos... Gesetzlose, die im Sherwood Forest zu Hause sind. Aber warum... Warum hat er Robin Hood? Interessant. Ich sollte... Ah... Okay, können wir noch irgendwie verbessern, ausrüstungstechnisch. Lumina Säbel und ein Möbius. Okay. Strahlenkanone. Okay. Ähm... Du kannst mal statt deinem... Obwohl dein schickes Hemd hat sehr viel ausweichen. Krass. Aber mit der Gildi Weste hast du körperliches Abwehren schwach. Und das ist auch ziemlich nice. Und das dann bitte mit. Zubehör brauchst du natürlich auch erstmal. Geben wir ihm jetzt einfach den Lebens... Bonus? Den gebe ich immer Leuten, wenn ich noch nichts besseres habe, ne? Können wir uns nicht mehr probieren. Aber das sind ja schon wieder irgendwelche, Nielte Sachen... Ähm... Ja... Es ist okay. Prinzen Outfit. Okay, war gespannt, ob du deine Klamotte aussiehst. Ich würde sagen, bevor wir uns ins erste Mal in diesen Palast reinschnuppern, reinbewegen, werden wir erstmal die Folge hier, oder? Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.